Achttausendneunhundert EP Achttausendneunhundert EP, was ist denn heute los? Zwei Freischaltungen Eigener Pilot 5 Hock! Ach, ich hab das Holo-Visier Ich hab ein Visier Ich hab einfach wieder Fünf Das ist einfach ein echten Buscher-Buch Ja, hab ich gesehen Ah, die Berührung ist blöd Ich warte jetzt auf die KMP Ich hab jetzt das Holo-Visier für meine EP Hab ich jetzt hier die Attenloadout Ja, ich kann einen Titan Atlas Die Basis wird durch drei Türme vor der örtlichen Tierwelt geschützt Ähnlich wie bei unserer letzten Mission Anhand der Daten dieser Mission habe ich etwas gebaut, das die Türme abschaltet Ich nenne es Eispickel Das Eis-Pickel Ja, Eis-Pickel Ja, Eis-Pickel Wer hat einen Eis-Pickel? Ich hab Eis-Pickel Ich krieg nukleare Ausstiegsang Die Rotten Tier hält uns den Rücken frei Unsere Flotte bei Dimeter verlässt sich auf uns Also wirklich mit verbessertem Zielsystem ist die Smart Pistol übel mega hart Wie kriegt man das hin? Ähm, musst du irgendwelche viele Kills brauchen? Achso, einfach n bisschen Einfach spielen damit Ist das der Burn-Cut oder hast du das dann immer? Mhm Dann spiel ich jetzt ein bisschen Smart Pistol Auch wenn ich nicht verstehe, wenn ich so'n Pilot... Drei Mal... Drei Punkte Du musst erst dreimal an Vision und dann kannst du abdrücken Ah, dann wird das auch rot, oder? Ja Ja Ich spiel jetzt erstmal einen Karabiner durch und dann warte ich bis ich stelle wo 34 bin Dann hab ich die nächste... Drei Türme Arteria-Schlacht Die Drei Türme Das wird kein Spaziergang, die Tarnpiloten beschäftigen sie die MC in diesem Bereich blablabla damit Das werden wir Viel Glück Äh... Dein Pilot ist immer mit einer Primärwaffe, fick dich, es lädt nicht mehr Burn-Cut auswählen Ja, vergessen Wie ihr lädt? Ja, ich wollt grad noch das da lesen, was am Loading-Stream stand, aber... So, ich dachte jetzt dein Spiel sagt... Ne, aber ich hack mal eben das Geschütz her Ne, aber ich hack mal eben das Geschütz her Ne, aber ich hack mal eben das Geschütz her Ja, ich hab schon Warte mal, ich geh mal... Ja, krieg ich mal 100 Ja klar... Gleich ein paar Titans... Oh, der hat ja grad viele feindliche Titans... Ja, ist so, ne? Ich schieß grad mit der Smart-Pistin... Siehst du das, die Materialschlacht? Weil der rafft sich... Ich raste nicht mit der Smart-Pistin... Muss die drei mal hintereinander so draufbeziehen, oder was? Ja, bei den Piloten zumindest... Wow... Ich bin dumm... Ja, das ist... Und bei NPCs braucht die nur einen... Ja, das ist ja auch... Ja... 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 Yay, Titan... Totgewalt... Herausforderung abgeschlossen... Stufe 21... Herausforderung abgeschlossen... Mann... Ja, geil, alter... Die MP mit dem Holo-Visier ist richtig geil... Au... Ja... Ich spiel die nicht mehr, weil ich da schon all zwei gestaltet hab... Ja, ich werd dann... Das ist jetzt auch... Ähm... Ach, mein Geschütz hat einen Soldaten ausgeschaltet... Ähm... Sehr gut... Ich spiel die jetzt halt auch eine Runde noch mit dem Holo-Visier... Und danach spiel ich dann auch mal ne andere Waffe... Karabiner, hast du den schon durch? Ich hab dabei... Beziehungsweise... Wahrscheinlich werd ich auch als nächstes erst mal Smart-Pistil machen... Ich find keine Gegner, da bin ich doof... Wie, du findest keine Gegner? Ja, wirklich... Sehr ernsthaft? Oh Gott, keine... Was macht ihr denn? Ah, die haben mein Geschütz gehackt, die Schweine... Ich hexe wieder zurück... Ich bin so dumm, ich hab hier ne Nate geworfen, direkt vor mich... Oh la, ich hab sogar jemanden angehittet... Ich selber wahrscheinlich... Da hat mich einer ausgekickt... Ich glaub ich... Habt ihr grad den Bittschirm gesehen? Welchen Bittschirm? Oben rechts? Achso, ja, tatsächlich... Ne... Ist sie, äh... Nicht einfach irgendeinem Roboterreisgeist finde ich... Rodeo auf weindlichem Titan... Vor allem dafür, dass man einfach nur oben drauf springt, bekommt man schon 50 Punkte, ne? Achso... Aua... Aua... Da ist dann der Titan... Wirklich auf dem Dach, ja? Echt jetzt? Alter... Ja, warum? Ja, geil... Wurde gerade vor einem... Ne, im Dach... Fuck... Noch mehr Teich... Komm on... Spring drauf... Ja... Ich find das so geil... Du gehst auf den Titan drauf... Dann steigt der Feind aus... Dann gehst du runter... Tötest den Feind... Und springst wieder auf den Titan drauf... Ey... Du bist effektiv, Alter... Ja, klar... Titan... Ja... Ich hab'n getötet... Wir sind gleichzeitig vom Titan halt runtergesprungen, ne? Ja... Wir erledigen uns... Ja, lol... Läuft... Verruf bei uns... Oh, leu... Hier ist ne Katze... Äh... Oh, leu... Hier sind... Hä? Alter... Meine Katze sitzt neben mir... Ich bin auf dem Dachboden, Mann! Wie kommt ihr hierher? Oh, eins am Alben ist woher gelaufen... Hallo? Was war, kämpfen wir weg zu denn hier? Ach, hi Chris, ich helf dir grad übrigens... Ja, Katze, ich hab' dich auch lieb... Katze? Aber ich kann grad nicht... Hä? Okay, ich hab's grad echt nicht geblickt... Ich hab grad versucht, so... Bomben zu machen... Ich hab X gedrückt und dann E gedrückt... Da ist nichts passiert... Fast schon tot... Hä, Katze? Willst du mich grad verarschen hier, oder was? Wo kommt die Katze her? Hä? Weil... Ja, Mann! Die... Normalerweise darf die hier nicht hoch... Ich frag mich grad, wie die erstens ins Haus gekommen ist... Und zweitens... Wie die hier hoch in mein Zimmer gekommen ist... Meine Mutter da oder so... Weil... Normalerweise darf die nicht in die obere Etage, weil da meine Meerschwänchen sind... Ja... Ich glaub du... Ja... Ich lass die da überhaupt nicht... Ach Quatsch... Ach, hei Katze... Nicht über die Tastatur... Ach, nöööööööö... Ja, kuschel mit meinem Mikrofon... Ja, mach nur! Ja, komm auf den Schoß... Ja... 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 Ja, die will zugucken... Ne Katze? Ja... Ich hab dich auch lieb... Ich bin jetzt, haha, jetzt bin ich, jetzt bin ich hier der Evil Titan, Alter, ich hab ne Katze auf meinem Schoß, ne schwarze Katze. Nicht auf, nein, nicht auf die Maus, ach komm schon. Schmeiß weg, was du nicht brauchst. Ah, ich hab totgeweilt. Aua. Hab nicht gestealt, Vincent. Bleib hier. Katze, was machst du da? Ja, setz dich in den Schrank, genau, mach das. Läuft bei dir. Läuft bei deiner Katze. Ich geh, ich sitze übrigens, sind viele Leute rum. Ich werd grad von... Pilot, da fast. Ah, komm schon, ich werd immer gesucht. Da, da, da. Schwanz im Gesicht. Oh, das nehm ich als Free Scene, Alter. Ohne, ohne Vorgeschichte. Einfach nur, Schwanz im Gesicht. Oh, oh, Schwanz im Gesicht. Bestimmt nicht schwul oder so. Tschüss Katze. Jetzt geht sie wieder runter. Oh nein, wir haben mal gewonnen. Was? Quatsch, wir haben nicht gewonnen. Quatsch, das rum hier. So, jetzt, ähm, Jakob, hast du noch nen Titan? Ja. Klar, wie komm gleich... Hä, wie komm ich da? Hä? Ich glaub außenrum. Ja. Lauf bis dahin. Lauf bis dahin von einfach Instant oben. Och, Mann. Nein. Vincent, du sollst mich nicht überlaufen. Hä, wie soll... Wie soll ich als Titan da bitte hinkommen? Nein. Raussprich die Truppe hoch. Ach, hier. Du schaffst es selbst als Dingerns nicht. Von oben. Hä? Ja. Ach, es kommt noch, ist noch gar nicht da. Ich dachte, es ist schon da. Ja, das... Höchste Zeit für den Showdown. Ah, da. Da, warte. Am Boden kommt einer. Der steht zwischen euch. Ist mir egal. Will der Stift rot machen? Der darf nicht... Nein, 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 nein! Boah, pff. Anstatt den Typen zwischen euch zu töten. Ja, jetzt kriegt ihn einer von euch gleich. Team-Bonus. Alle Kampfteilnehmer ausgeschaltet. Lol, es gibt keinen Gegner mehr. Ich sehe nur Blut. Okay, gut. Ähm, ich guck mal eben nach meiner Katze. Ich bin gleich wieder da. Dann lassen sie uns rausfinden, wer... Ich gucke auch mal nach der Hände und dreißig von diesem Typen allein. Der läuft bei dir. Ansonsten nur beides eins. Ich hasse die Assists-Funktion. Ich meine diese Assists. Zwei Schaltung. Ach ja. Ja, läuft. Ich habe jetzt den Karabiner durch. Jetzt bin ich Schrotflinte. Pilot. Pilot. All unsere Kämpfe, all unsere Opfer werden jeden einen Tag erkauft. Was denn? Ich wollte eigentlich eine Smart-Piste Klasse machen. Das ist die IMC Tankstation, die das Grenzland mit den Kernsystemen und ihrem endlosen Nachschub an feindlichen Truppen verbindet. Es ist an euch, Piloten, die Dimeter-Basis zu zerstören. Ich habe geschworen, nie mehr in so ein Ding zu steigen. Ich würde euch nie in eine Schlacht schicken, die ich nicht auch selbst anwende. Ich übernehme das Kommando über Saras Angriffsteam und setze eine Kettenreaktion der IMC-Treibstoffzellen in Gang. Piloten, kümmert ihr euch um die feindliche Infanterie. Wenn ihr diese Schlacht am Boden gewinnt, könnt ihr den Lauf der Geschichte ändern. Piloten, bereit machen für Titanfall. McAllen out. So, jetzt höre ich euch wieder. Mich. Ah, da ist er wieder. Hallo. Was ich jetzt sehr cool fand, meine Haustür stand einfach offen. Erklärt, wie die Katze reingekommen ist. Erklärt, wie die Katze reingekommen ist. Die leben noch, ja. Die haben gefressen. Und meine Katze habe ich jetzt erstmal rausgeschmissen. Oh gut, nicht die Katze gefressen. Na die... Draußen ist der Grill, also... Was? Ich habe es immer eben auf den Grill gelegt. Kommst du jetzt da drauf? Wow, guck mal für die Action Sequenz. Wir stürzen ab. Wir stürzen ab, Alter. Bin ich bei dir drinnen? Ich will rausspringen, Alter. Ich will Universumsschlacht machen im Weltall. Da war's, Alter. Das ist so. Das ist sowieso irgendwie. Lol, wir stürzen ab. Ja. Nee. Gewerbt. Toll. Ja komm, dann schmeiß mich wieder nicht raus, Mann. Ja lol, der stoß hier noch zusammen, oder was? Voll gejagt, Alter. Ja. Ja, ich liege unten auf der Seite, lege ich irgendwo rum. Ja, ich liege unten auf der Seite, lege ich irgendwo rum. Also... Es fällt hier, es fällt hier, es fällt alles durch. Halt dich, komm mal! Bam, 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 bam. Noll. Seid ihr mit dem Kopf gelandet? Nee. Bam, bam, bam. Ich will teilen. Jo, Alter, was hier für ein Geballer ist. Also, sowas hier für ein Geballer ist, schätze ich mal, das ist die Endmission, oder? Ja, gut, wie... Moin. Ja. Ja. Yay. Wir sind gelandet. So, ich kann jetzt endlich wieder die MP spielen, ich hab meine LK wieder durch. Ja. Ich spiele Smart Pistole ein bisschen. Mich schon. Ich hab erweitert das Magazin in der MP, das ist mega... Mega Premium. Hab ich auch, ja. Und Holovizier. Da ist mit dir irgendwo eine. Hör. Ja. Au. Alter, da war noch einer. Schrott für Diss. Mach ich jetzt auch. Ja, Schrotti ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ja, ich muss ja noch Deutsch spielen. Den Rest hab ich ja alles schon. Boah, die Smart Pistole ist voll der Bullshit. Gegen Spieler, ganz ehrlich. Keiner, der so rein rennt, weißt du, so... So mega... Mach Spaß, Mann. Die Pistole ist voll der Müll gegen Player. Ja, außer du sitzt die ganze Zeit hinter denen. Ich spiele jetzt auch mal Smart Pistole. Ja, du musst ganz anders spielen. Hm, Smart Pistole ist komplett anders. Ja, wie du einfach nur die ganze Zeit rumbringst. Mann. Ich? Ja. So, ja. Ja, Pistole, ne? Guck mal, da kommen die alle an. Auf einen links. Das ist echt lustig. Latscht mir erst mal meine Katze über den Schoß und über den Tisch und so. Jolo, warum nicht? Wir sollten die Mission abbrechen, Mama. Deine Mutter hat nicht die Mission dabei. Ich denke, sie hat recht. Die Reaktoren sind nicht... Ja, klar. Alter, Junge, wie viele von euch von Nosborne. Ach, komm schon. Ey, da ist ein Titan. Hm. Au, der hatte was gegen mich. Wir verlieren Bravo. Ach, mein Titan ist in 30 Sekunden bereit. Wir haben Bravo verloren. Loi. Titan ready. Oh, wirklich. Egal, Titan totgeweiht. Get ready for Titanfall. Get ready for Titanfall. Irgender springt einer rum. Nachladen. Ach, lol. Der ist schon rausgesprungen. Boom, aus der Luft geholt der. Go. Ich feiere grad die Rundfühle. Mit ist auch geil. Ich feiere die Titan. Den Titan. Der rennt bei mir grad automäßig rum. Boi, weh. Ich mag diese... komische Waffe. Voll schwer zu beschreiben. Einfach so halb Schrotflinte auf den Hans mit Bums. Was? Die ist voll komisch. Du hast halt so halb Automatik. Und sie explodiert beim Aufprall. Loi. Okay. Noch nie von gehört. Ja. Hey, guck mal. Vincent, dreh dich mal nach links. Autsch. Hier, guck mal. Die hier. Ja, okay. Das ist die ganze normale 40 Millimeter, oder? Kann sein. Ich mag Türen. Ne, ich mag meine. Wisch! Red mit mir! Gib mir was, womit ich rauskomme. Ich triff's. Mann. Wenn du ne manuelle Überladung auslösen kannst, das würde klappen. Selbst wenn sie den Reaktorkern abschalten. Es gibt ja nur ein winziges Problem. Kein Titan der Welt könnte dich vor dieser Art von Strahlung schützen. Ja. Sagt noch meine Sorge sein. Wir geben nicht auf mit. Noch nicht. Piloten. Gute Arbeit. Feuer habt weiter. Haltet alle die Fresse, ihr Spectress. Ich lauf einfach über euch drüber. Schatz ist sehbar und lang. Jawoll, äh. Er ist dann mal kaputt. Ja, aber auf, Freunde. Auf, mach mal los. Alter, wir geben uns hier grad mega auf die Fresse. Zwei Titans, ey. Und Vincent läuft einfach vorbei. Ja, weil da nix war. Nein. War grad vor der Titan. Ja, und als ich gekommen bin, war nix mehr. Oh, leu. Ey, guck mal, da vor uns. Ah, oh. Da ist ein Ende mir. Oh, leu. Ich bin glücklich. Ja, ja. Ich hab ihm ne Feuer aufgeladene Plasmakanone reingedrückt, da war er weg. Ey, da, da, der Typ ist noch da. Ja, ich merk's. Ach, gut. Pam. Boah, leu. Alter, hab ich die Schuhe geliebt. Ich hab ihn vorher weggeholt. Bevor du ihn aufgejagt hast. Ja, ich hätt ihn schön weggenuket. Ja. Ich hab ihn weggesniked. Ja. Autsch. Geil. Ist da schon wieder ein Titan. Ja. Wenn wir das geschafft wollen, dann mach ich das irgendwie. Sarah, Chris. Ich mach das. Schaff die Flotte hier weg. Was zum Teufel fasselst du da, Mac? Mac! Bitte kommen. Ich verbinde mich mit ihm los. Loi. Ab nach B. Ich bin's viele. Hm. Autsch. Alter, ich hab grad so Einbrüche. Wachen Sie auf, Marcus. Sie hätten mich vor 15 Jahren stoppen können. Stattdessen gaben Sie mir das Schiff. Sir, ich habe den Mist kalimpisiert. Den hol ich mir. Bleiben Sie dran. Was geht dein Schiff? Das frag ich mich auch grad. Nein. Aua. Ach komm schon. Smart Pistol ist scheiße. Ich mach jetzt auch. Shotgun. Ja. Finde ich auch. Ja, man. Wir haben auch random reingeballert. Oh, oh. Innerischer Titan. Soll ich nie? Ach, ach, ach. Loi. Darum steckt mein Typ aus. Loi. Aua. Das war schmerzhaft. Und zwei rein. Du kannst doch weiter grad still. Wir haben noch scheiße bei 75%. Und zwei rein. Noch... Machen wir noch ausgestiegen. Und zwei rein. Ey, da ist ein Titan. Ja, ich sitz rum drauf. Ähä. Cooler Move. Und jetzt bringst du Ende. Alter, ich geb dir Deckung. Nein. Die Smartpässe ist der größte Dreck aller Zeiten. Ne, in der Ahnung. Klasse. Ich bin mega geil. Ich spende die voll dumm. Wenn die verbessert ist, ist sie mega mega premium. Ja, dann. Ich spiele ein bisschen Shotgun mit Sprint. Loll, da hat er mir den Kopf umgedreht. Loll, ich mache jetzt einen Titan mit der Shotgun kaputt. Alter, die haut richtig rein, ey. Ja, den Titan habe ich gerade zerstört. Au. Der Schott fick mich natürlich mit der Smartpässe. Ja, ich habe ihn aber bekommen mit der Schottie. Geht bei den Alp, Alter. Scheißen, Titan. So, erstmal ins Backdrew gehackt. Doppelkill, mit der Schott finden, mega nice. Ja, Titan bereit. Ja, ich habe auch gerade einen weggeräumt. Ach, fuck. Oh, mein Titan macht auch gerade mega alles fertig. Ja. Cooler Moves. Hinter dir rennt gerade ein Typ hinterher. Ich weiß, das... Das war doch aber am Bot, oder? Nee. Oh. Hab ihn. Leuch. Nein, einer sitzt noch mehr drauf. Vincent, hinterher. Komm her. Schieß drauf. Danke. Mach sie weg. Ne Spenne. Mach weg. Weg, weg. Weg, weg. Aua. Ich werde schon wieder von zwei Seiten rauskommen. Geht sterben. Leuch. Ich bin gerade einfach insta gestorben, ne? So. Nein, jetzt werde ich gejockeyt. XE. Ich habe gerade XE gedrückt und das hat nicht geniogen. Du musst ja auch mit dem Jetpack raus, ne? Ja, mit dem Jet sitzt da. Ja, das war XE. Ja, sagen wir es so. Du musst halt... Du musst eh spammen, dann machst du einen Jet-Sitz da. Ich bin so dumm zum Jürgen, glaub ich so. Titan totgeweiht. Herausforderung abgeschlossen. Voll geil. Ich renne einfach hier durch die Gegner. Boah, so ein Mann. Ich checke gerade wieder ein. So, meiner. Arschtritt. Arscht. Arscht. Ich habe es gesehen. Das ist voll geil. Leuch, wir sind schon wieder am Verlier. Schon wieder. Ne. Leuch. Okay, das war genick. Fick. Ready for Titan for. Besiegt. Fuck. Musst du beim Titan? Leuch. Wir springen bei dir hin. Mach das. Was? Jetzt. Geht doch. Was ist negativ? Bei uns. Er hat das böse Wort gesagt. Wir schmeißen ein paar eben Keynades auf ihn. Der sieht nichts mehr. Ja. Ja. Ich habe auch einen Piloten direkt. Wo ist das Ding? Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nicht. Aber eigentlich ist es immer da hinten. Sie sagten mir vor 15 Jahren an Bord der Odyssee. Wir müssen den Feind besiegen. Besiege alle feindlichen Piloten. Ist das. Lol. Lol. Ja. Wir sind alle weg, weil er uns alle in die Luft gejagt hat. Na der Typ oben da. Ist das unklar. Aber es gibt Hinweise, dass die dortigen Tankanlagen während der Gefechte schwindelstätigt wurden. Lol. Auf dem Planeten halt. Ist auch der Aufrührer James McAllen, der bis dato als den Kampf vermisst galt. IMC-Command hat noch kein... Adios mein Freund. Der Verbleib mehrerer hochrangiger, an dem Konflikt beteiligter Offiziere einschließlich... Wird überhaupt nicht am bestanden, oder? Ist derzeit unbekannt. Haben es gemacht. Das war jetzt also unsere Kampagne, ja? Die Story. Ich denke ja. Ich denke ja. Ich denke ja. Ich denke ja. Okay.